Nach ca. 3 Monaten möglicher Bauzeit habe ich nun 23 Einsendungen erhalten. Dabei ist es mir nicht leicht gefallen und das sage ich jetzt nicht, weil ich die, die nicht unter dem besten Preis sind, trösten möchte, sondern weil es wirklich viele gute Mocks gab, die Gewinner auszuwählen. Doch schlussendlich musste ich mich entscheiden. Also kommen wir nun zu den 3 Gewinnern. Den dritten Platz belegt Passierbuss Lego Custom Design mit seinem Ambush in Normandy Mock und der zweite Platz, welcher von Eomer 22x2 belegt wird, hat auch ein sehr schönes Mock abgeliefert, denn sein Mock spielt ebenfalls in der Normandy und heißt Operation Overlord Village. Kommen wir nun zum ersten Platz und dieser wird von The Lego Crew belegt. Das Mock ist wirklich sehr groß und hat viele Details, aber überzeugt euch am besten selbst. Ich habe die Videos der Gewinner in die Videobeschreibung verlinkt und für diejenigen, die alle Teilnehmer auf YouTube sehen wollen, die können sich die Playlist anschauen, denn dort habe ich auch alle Videos von den Teilnehmern auch verlinkt. Ich bedanke mich für die Teilnahme und wir sehen und hören uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.